Yo meine Freunde, was geht mal wieder ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in The Walking Dead Season 1 Episode 3. Letzte Folge war wieder sehr turbulent, wir mussten gegen Banditen kämpfen, die haben uns überfallen. Dann haben wir ein bisschen bumm 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 gemacht und jetzt ist die Bande geflohen. Und ja, die Sache ist auch die, es gibt einen Verräter unter der Bande, es werden Vorräte geklaut. Und das ist natürlich inakzeptabel as fuck und deswegen müssen jetzt die Bande eben gucken, wer der Verräter ist. Und jetzt sagt eben Lilly so, yo, willst du was sagen? Du bist doch schuld, bla bla bla. Also, das wird sehr eskalieren und auch spannend sein. Willst du sagen, dass du supporten, Leute, liken, kommentieren und dann gehen wir rein in Episode 3, der lange Weg und ja, let's go. Das ist anders. Niemand war mit ihnen. Wer es war, war sie mit unseren Meds. Sie haben nicht das letzte Package bekommen, also sie verraten. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly, is there something you want to say? Please, we have to get it out of you then. Back off. You are in no position to make demands. Whoa, 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 you're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Probably not the best time, Lily. If not now, when? Look at what just happened. What happened? Why her? It seems like a stab in the dark, Lily. She's always so eager to see what supplies we found. She never talks about her family. She could be related to those bastards for all we know. My family's not a bunch of meth-riddled forest people. They're fucking Muthrin. You're not saying it wasn't you? It wasn't me. Like, look, maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look, Carly's a stand-up gal and maybe this is... We need to look at the facts. We'll calm down, we'll eat and we'll deal with it. Yeah, let's do that. Okay? Guys, we have to act now. Yeah. Do you guys get that? Someone who puts their insidious shit above everyone else. Thank you, Lee. Nobody was stealing anything. Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... Shit! What's going on up there? I hit something. We gotta stop. Alright, well, we can deal with this now then. Aber man muss das irgendwie regeln. Ich meine... Ein Verräter... Ist es safe? Should be. Everybody out. Lily... Out. Einer, der die Vorräte klaut, das ist Hoferrat. Das ist Hoferrat. Das geht echt nicht. Ja, also Essen weitergeben, Essen klauen, ist gleich jemanden umzubringen in dieser Zeit. Ja, Essen ist eh schon knapp as hell. Und dann noch beklaut zu werden, dann noch überfallen zu werden von Maditen, geht gar nicht klar, Mann. Geht überhaupt gar nicht klar. Aber jetzt fragen sich die Leute auch in der Bande eben, also Lily und Levi Elbades, ne? Muss da jemand sein? Muss da jemand sein? Ich glaube, ich glaube, es war nicht sie. Wir können sogar wirklich sagen, dass sie es war. Ich mache das nicht, auf keinen Fall. Es war jemand anderes. Aber wer dann? Wer dann? Ne? Das ist auch eben die Frage, die sich Lily und die anderen stellen. Ich mache das aber nicht mit, also. Wir müssen irgendwie weitermachen. Ja, wir können jetzt nichts machen. Aber wir müssen immer rausfinden, wer das war. Ja? Oh, das wird schlimm, ähm. Leute, das wird sehr schlimm. Ich mag dich stille gar nicht. Er ist fertig, Lily. Du reitest dich tief in die Scheiße. Nur keine Panik. Ey, ey, ey. Keine Panik, Bro. Keine Panik. Ja, Mann. Nehmen wir noch mehr Evidenz, als das? F*** Evidenz. Hör auf, ihn so. Hör auf, Carly. Ich habe genug von dir gehört. Penny, was wird es sein? Gib mir einen Moment. Anne, du hast es nicht, bis der Walker mitgebracht hat, zu erzählen, dass es sie war und nicht du. Hör auf, du ihn torturenst. Nein! Mann, stopp. Was? Wir können sagen, ich war es. Hör auf. Sag es dir. Ich war es. Was? Ja, es war ich. Das kriegt du, um die Kinder zu schrauben? Ich glaube, du bist ein echtes Scheiße zu sein. Aber ich weiß, es war nicht du. Nicht mit ihr in deinem Leben. Hey! Ich habe es. Lass uns zurück in die RV. Das ist nicht passiert. Du denkst, du bist ein krass, oder? 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 Aber du bist nur eine schreckte kleine Mädchen. Geh die F*** über es. Geh eine Page von Lee's Buch und versuchst, jemanden zu helfen. Ich mag die Stelle. Ne, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Dumme kleine Hupen. So, ey, ich mag die Stelle gar nicht, weil... Jetzt Kali ja zot ist, aber... Scheiße, Mann, ey. Hatte sie... Hatte sie... Hatte sie einfach erschossen? Hatte sie einfach erschossen? Hatte sie sie einfach erschossen? Nein! Steig ein und wir überlegen. Du kommst nicht mit uns. Wollen wir sie... Wollen wir sie hier lassen? Oder... Steig ein, steig ein. Wir überlegen. Aber sie hat sie einfach erschossen, ey. Scheiße. Aber beim ersten Mal spielen. Boah, ey. Das ist gar... Das ist gar nicht das Elbe, du Bitch. Er hat sie einfach Kali erschossen. Ich mochte Kali so sehr. Ich mochte Kali so sehr. Ich mochte Kali so sehr. Und sie wird einfach kaltblütig erschossen von Lily, weil sie sich unter Kontrolle halten kann. Ey, Mann. Ich hasse die Stelle eigentlich voll. Kali ist so eine nette Person. Ich mochte sie so sehr, aber... Lily, ey, du Geisteskranke. Aber... Das ist alles Kacke. Und jetzt ist alles ruhig, ja? Gib nicht die Waffe ihm! Nimm du die Waffe, Lee! Nimm du die Waffe! Gib nicht jetzt diesen Tollpatsch! Der ist dumm! Lee? Eine Worte, bitte. Mit dem Frieden, Kali. Oh, Mann, ey. Ein Mitglied weniger. Und es wird immer schlimmer jetzt, Leute. Ist Doug gebissen? Oh, sogar so ein großer Biss sogar, ey. Was für die Scheiße? Was passiert während der Krieg? Erstmal Kali erschossen und jetzt Doug gebissen. Also, das ist vorbei. Er wird sich verwandeln. Wir wissen das nicht. Doch, doch. Das ist alles Illusionen, leider. Alles Illusionen. Aber ey, das ist deren Climps. Es ist... If you could tell Clementine, we would appreciate it. Wir wissen eigentlich gar nichts mehr. Wir haben nur noch Ben, Clementine, Lee, Kenny und Katja. Und ja, noch Doug. Lilly zähle ich auch nicht mal als Team dazu. Aber es sind dann nur noch sechs. Und es waren so viele in der Bande, im Hotel. Es war einfach... Es ist traurig, Mann. Es ist traurig. Aber wir müssen es Climps sagen. Also, Doug wurde gebissen. Und es ist auch klar, das ist deren Kind. Und die wollen es nicht wahrhaben, dass er sterben wird. Er wird aber... Sterben. Ja. Das ist eben die Sache. Aber wir sagen es mal, Clementine. Brauchst gar nicht so dumm gucken. Wirklich. Ich mochte auch Lily. Also ich fand Lily auch... Kann man verstehen, aber... Das Erschießen war einer zu viel. Das war, das war, das war gar nicht gut. Huh? Carly ist tot. Aber wird nicht zurückkommen. Er wurde sie einfach erschossen. Ich finde es so... Ich finde es so schlimm. Er hätte es so Lily gegönnt, wenn sie zusammenkommen wären oder so, ne? Das... Alter. Aber Carly war schon mysteriös, muss man sagen, ne? In einer gewissen Art und Weise. Mein Bruder wäre fast tot. Einmal, ich bin froh, dass du dabei bist. Ich bin froh, dass du dabei bist. Ich auch. Ich hörte dich außerhalb des Meeres Treshausen das Tag. Und dachte, um einen Hörer auf deine Kopf zu fallen. Hm. Ja, aber verstehe ich auch. Also... Kann auch sein, dass Lily ein böser Mensch wäre, ne? Aber ist er nicht. Und war er auch nicht. Klar, er ist ein Mörder. Gewesen, aber... War ein Unfall. Ja, das ist nett. Ich habe es nicht, aber... Danke. Na, das hätten wir uns gegeben, als uns ein Walker überfallen hat hier im Haus. Also ihr Babysitter. Der hat uns sogar gerettet, die Clementine. Aber ey, die haben laufendes Wasser, oder wie? Ist doch voll gut, den Wohnwagen laufendes Wasser zu haben. Also das ist normalerweise nicht üblich. In so einer Zeit Wasser zu haben. Traum. Oh shit! Traum, ist ein 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 Traum. Alter Schnöne! Ist ein Traum, alles gut. Verdammter Mist, aber wirklich, das ist ein riesiger Haufen Mist. Alles ist Kacka. Alles ist pure Kacka. Dann sind so genau im Weg, äh... Oh, das ist okay. Aber da war ja doch ein bisschen Wasser im Wagen. Dann hat er Wasser getropft, also ich denke mal, das ist sogar tränkbar. Können wir noch ein bisschen mit Lily reden und sie einfach mal fragen, warum sie es einfach gemacht hat. Also das war ein impulsiver Gedanke, einfach gemacht, ohne nachzudenken. Aber es geht nicht, erschießen geht nicht. Aber ich mochte sie. Du hast ihn mit ihm umgebracht. Und was ist es? Oh, scheiße, stimmt ja. Ich werde dich stoppen, keine Bewegung. Keine Bewegung. Wir können einfach sagen, okay, auf keinen Fall. Nein, nein, Lily, hör jetzt auf, man, wirklich. Oh mein Gott, warum lässt du... Nein, Lily, hör jetzt hier, du crazy bitch. Fuck, stopp! Tigger. Wie kann... Warum kann man... Wie... Warum ist man so? Wir sind erledigt. Ich bin froh, dass sie weg ist. Aber sie drehen wir uns auf dem Zug. Komm. Let's focus on the train. Schlüsse stecken lassen. War jetzt nicht so smart. Aber ich wusste, dass es passiert. Aber wir sind verletzt, wenn wir nicht herausfinden, wie das Ding funktioniert. Wir können nicht die Nacht hier auszuhalten. Lass uns festhalten. Carly wurde erschossen. Du weißt, wir müssen zur Stadt, zur Kost. Carly wurde erschossen von Lily. Doug wurde gebissen und wird sterben. Und Lily hat den Wohnwagen mitgenommen. Das ist ein verdammter Müll. Scheiße, das ist kacke. Also, boah. Obwohl ich schon alles kenne hier. Ähm, geht mir... Es ist schon Gänsehaut, boah, alles hier. Ben. Was würdest du mit Lily haben? Ich weiß nicht. Sie verlassen? Ich habe nie gesehen, dass jemand jemanden so so zu töten hat. Du hast jetzt ein paar andere Sachen gesehen. Ja, aber nicht so. Ich weiß nicht, dass ich das zurückkehren kann. War das du? Nicht das wieder. War das? Nein! Okay, dann. Ich mag Ben eh nicht so. Also, auch im ersten Let's Play von der Walk-in-Aption habe ich ihn auch nicht so gemocht, den Ben. Aber, naja, wir gehen weiter. Jetzt sind wir wirklich nur noch fünf. Ne, nur noch sechs. Bald fünf. Ja. Aber, na gut. Wir suchen mal den Zug hier. Finden wir vielleicht was zu trinken oder so. Für den lieben Duck. Oh, das ist eine Wasserflasche. Ja, Mann. Shit. Ich glaube, sie sind weg. Ich hoffe so. Aber das sieht schon vorhin ausgedacht. Gehe auf den Blick und schau dir auf. Da ist Blut, Mann. Oh, das ist getrocknetes Blut. Da ist eine Karte. Eine Karte kann, glaube ich, nie schaden. Ein Zugplan, ne? Ich denke, diese Träume können zur Flüge führen. Route 27, Savannah. Das ist, wo Kenny hat uns gelegt. Toll. Ah, eine Wasserflasche. Können wir dann auch gleich, ähm, der lieben, äh, Katja geben und dem Duck. Verschlossen? Ne, sogar offen. Wow. Wow, wow. Okay, dann, ähm, glaube ich, müssen wir jetzt mal schauen, was wir machen müssen. Das ist jetzt ein kleines Rätsel, glaube ich, was wir jetzt hier alles anschmeißen müssen, zum Zug, äh, zum Laufen zu bringen. Ich glaube, da war einiges, was wir machen mussten, um den Zug zum Laufen zu bringen. Warum, ich glaube, wir brauchen hier ein bisschen Strom, ne? Irgendwie ein bisschen Energie. Ich glaube, hier können wir erstmal nichts machen. Wir brauchen, glaube ich, die Schrophierkünste von Clemens. Sie müssen euch irgendwas aufmalen. Bin mir nicht mal ganz sicher. Maschinenraum haben wir doch gerade reingeschaut. Das ist ein anderer Maschinenraum. Das ist ein anderer Maschinenraum. Tatsache. Ein paar Werkzeuge haben wir hier. Kann man vielleicht mitnehmen, oder? Kann man beides mitnehmen vielleicht? Oder er legt es dann zurück. Nein, nein, na gut. Ich glaube, wir werden beides eh irgendwann gebrauchen müssen. Deswegen einfach das erste mitnehmen. So. Allerdings war auch noch ein Werkzeug. Jetzt weiß ich nicht ganz, was wir machen müssen. Noch ein Maschinenraum? Wir haben ja sehr viele Maschinenräume. So, was brauchen wir denn hier? Nichts. Hier ist nichts, wie? Meinst du? Okay. Da ist anscheinend nichts, leider. In dem Maschinenraum. Da war noch ein Maschinenraum. Tatsache. Was haben wir denn hier? Hier auch nichts? Hier auch nichts, glaube ich, ne? Okay. Alles klar, Lee. Dann gehen wir mal zum Steuerdeck. Oder wie das auch heißt in dem Zug. Führerhaustür heißt das. Scheiße. Oh, Scheiße. Big Scheiße. Wir haben einen. Walker, sitzt in der Kiste. Wir haben ihn. So, dann... Aufschießen, ne, aufschlagen erstmal. Oder? Schießen wäre nicht gut. Komm, das ist eine gute Waffe gegen den Bastards. So. Dann! Oh, der lebt nicht mehr. Gut. Ja. Kopf einschlagen oder so. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Der muss tot sein. Ja, Kopf weg. Eingeschlagen oder sowas in der Art. Ich glaube nicht, dass dieser Mann zurückgekommen ist. Christ. Kacka. Das Licht ist blinkend. Pusche es. Pusche es? Warum nicht? Bist du wirklich ernsthaft? Hier, schau. Der Zug läuft. Und er fährt sogar zur Route, wo wir hin müssen. Also... Okay, ich gebe dir das. Dieser Mann funktioniert? Blöcke in dem Unglück, würde ich mal sagen. Wie in der Hölle gehen wir es gehen? Ich weiß nicht. Das ist Herr Amtrak hier. Keine Ahnung. Wir haben das in der Boxcar. Wow, ist das, was es aussieht? Ich glaube so. Dieser Huss wird uns direkt zur Savannah. 100 Tonnen Stahl. Wir legen uns 1.000 Walkern zwischen uns und den Ozean. Und wir müssen nicht einen Scheiß geben. Nichts dagegen, Walker umzupflügen, was man sagt. Müssen auswenden, wie man startet, genau. Mhm, genau. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge weiterziehen. Und den Zug zum Laufen bringen hier. Das wird auch eine sehr krasse Folge sein. Bestimmt, die Folge war jetzt also sehr turbulent. Wir haben jetzt hier sehr vieles gesehen. Oh mein Gott, du blöder Idiot. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge weiterziehen. Den Zug zum Laufen bringen. Gerne supporten, Leute, liken, kommentieren. Und dann würde ich es dann so halbgesund. Und ciao, ciao, du blöder Zombie. Ja, wirklich.